Welcher Skin ist der breiteste in Fortnite? Fangen wir an mit Platz Nummer 5 und das ist der Thanos Skin. Der könnte noch ein bisschen zulegen. Machen wir weiter mit dem Batman Zero Skin. Und der ist eher gruselig anstatt breit. Platz Nummer 3 ist dann der Fluffy. Abonniert jetzt mal den Kanal, wenn ihr ihm auch eine Umarmung geben würdet. Platz Nummer 2 ist dann der Hulk Skin. Und der ist auch der kleinste Skin in Fortnite. Und wenn du jetzt wissen möchtest, welcher der breiteste Skin in Fortnite ist, dann lass einen Like da. Der breiteste Skin ist der Schluckus? Ich wusste nicht mal, dass ich den im Spind habe.